Guten Morgen, liebe Freunde! Heute etwas zu dem Thema Meditation. Was ist denn das? Aus meiner Sicht ist Meditation eine andere Möglichkeit, mit sich selber und mit seinem Geist umzugehen. Üblicherweise versuchen wir, die Themen unseres Alltags zu lösen mithilfe unseres Verstandes, der oftmals durch Interaktion unseres Gemütes irritiert wird. Und in unserem Leben haben wir in der Regel sehr viele Filter, welche unseren vollen Lebensausdruck behindern. Bekannt sind Glaubenssätze, Gefühle, im Extremfall Traumata. Doch auch der Verstand selber ist uns oftmals ein Hindernis für die Erfüllung unseres Lebens, weil der Verstand nur aufgrund der Daten, die in ihn einprogrammiert wurden, Schlussfolgerungen ziehen kann, und die können richtig oder falsch sein. Meister Eckerhardt drückte Meditation wie folgt aus. Er sagte, im Gebet spreche ich zu Gott, in der Meditation spricht Gott zu mir. Es klingt ein bisschen religiös, doch Meditation ist auch für Menschen da, die jetzt nicht den Bezug zu einem religiösen Gott haben. Sie ist eine Hilfe, sie ist ein Hafen für inneren Frieden, sie ist noch wesentlich mehr. Sie ist eine Selbsterinnerung. Wenn wir aus einer tieferen Perspektive heraus uns das Menschsein anschauen, dann sehen wir, dass wir fast alle schlafwandeln, wie Touristen in einem fremden Land, die sich ab und zu die Birne am Laternenfall anhauen, weil sie in einer Wachtrance durchs Leben gehen. Mein ersten Vorgeschmack auf Meditation bekam ich 1982 durch das autogene Training. Es war für mich ein Wunder, dass nach einigen Wochen Übens ich mich entspannen konnte, auch wenn Lärm um mich herum war, einfach indem ich meinem Körper sagte, Geräusche völlig gleichgültig. Ziemlich schnell lernte ich Imaginationen und Fantasiereisen, die mir geholfen haben, Themen des Alltags mittels Visualisation zu lösen. Beispielsweise, indem ich in einer Fantasiereise einem Weisen auf dem Berg begegne, meinem Älteren selbst, meinem Weiseren selbst, meinem Erfolgreichen selbst, oder auch, wenn ich religiös bin, Jesus, einem Engel, einem Buddha, einem lebenden Meister, und dort Fragen stellte und Antworten bekam. Und vielleicht kennt ihr diese Form von Imagination, von Katatümen, Bilderleben. Und hier braucht es schon sehr viel Achtsamkeit, weil manchmal in der Übersetzung von dem, was wir als Inspiration glauben, bekommen zu haben, der Verstand mogelt und Wunschvorstellungen einbaut. Und dann läuft man vielleicht im Nachthemd durch die Straße und glaubt, man sei vom Heiligen Geist gestreift. Also, es braucht dann einen Realitätsabgleich, und für mich ist das auch ein Zusammenwirken der rationalen und der bildhaften Gehirnhälfte. Irgendwann entdeckte ich die Transpersonalität, das heißt, ich entdeckte, dass ich ja gar nicht den Alten auf dem Berg fragen musste, sondern dass ich mich in den Alten vom Berge verwandeln konnte. Und da sind wir schon bei dem eigentlichen Aspekt von Meditation, nämlich der Selbsterinnerung. Wenn ich in unseren Seminaren, wie es jetzt in Kürze auch in unserem Live-Präsenzseminar um den 11. Juni herum stattfindet, zahlreiche Meditationen in Anführungszeichen gebe, dann sind das in der Regel keine klassischen Meditationen, sondern Imagination und Fantasiereisen. Doch weil das Land läufig unter Meditation läuft, nenne ich es auch so. Und in diesen Imaginationen und Fantasiereisen versuche ich inneres Erleben, das ich habe, in Form von Bildern, in Form von Imaginationen, die ich anbiete, zu vermitteln, sodass die Teilnehmer da gut reinschlüpfen können. Klassisches Beispiel dieser besagte Alte auf dem Berg. Wenn ich so eine Reise anleite, dann werde ich selber zu dem Alten auf dem Berg und stelle somit den Raum zur Verfügung, dass alle in diese Imagination hineinschlüpfen können. Diese Imaginationsreisen, diese Variante von Meditation in Anführungszeichen, hilft mir in meinen Seminaren, komplexe Inhalte für das Unterbewusstsein vorzubereiten, sodass ich die Seminarinhalte didaktisch hervorragend vorbereiten kann und die Seminarinhalte mühelos übermitteln kann. Ob es ein Tetralemma-Prozess ist, ob es jetzt zum Beispiel jetzt in die Kahuna-Lehre ist oder so, mit den Imaginationen kann ich das wunderbar vorbereiten. Es gibt aber etwas Tieferes um das Thema Imagination, das nur übertragen werden kann. Und da sind wir bei der eigentlichen Form von Meditation. Es ist eine Erinnerung. Und alle Fantasiereisen, alle Imaginationsreisen, die ich anleite, sind eigentlich nur Finger, die zum Mond zeigen, nicht der Mond selber. Der eigentliche Sinn von Meditation ist eine Erinnerung von etwas, das, was bei fast allen Menschen in völlige Amnesie gefallen ist. Wäre dies nicht der Fall, würden Menschen anders miteinander umgehen, wäre die Welt anders organisiert, würden wir agieren wie ein großes Wesen mit Millionen Händen, das einander zuordnet, und das nach dem Dao lebt, wie auch Millionen Ameisen im Ameisenhaufen sich organisieren, wären wir nicht so aus der Ordnung gefallen. Im Gegensatz zu den Ameisen und zu allen anderen Lebewesen auf der Welt ist uns das Potenzial der Selbsterinnerung angelegt in uns. Und das ist ein Gewahrsein, das ist ein Auftauchen von einer Instanz, von der die meisten Menschen gar nicht wissen, dass es sie gibt. Hier kann uns wieder Meister Eckhardt helfen, wenn er sagt, das Auge, mit dem ich Gott sehe, ist das Auge, mit dem Gott mich sieht. Das heißt, das allerhöchste Potenzial ist in uns angelegt, aber ist in Tiefschlaf. Meditation ist ein Verabschieden von all dem, was wir nicht sind. Wir glauben, alles Mögliche zu sein. Und das sind wir nicht. Da ist etwas Größeres in uns, da ist etwas Unendliches in uns. Wir sind gemeint als Unendlichkeit. Wenn wir tief meditieren, entdecken wir, dass das ganze Weltall in uns ist, nicht da draußen, dass das eine Illusion ist, ist ja auch verständlich, denn wo bildet sich das Sehen, ja, im Sehzentrum, im Gehirn, nicht in den Augen und nicht da draußen, wo bildet sich das Hören, das sind ja alles nur Übersetzungen, aber in Wirklichkeit ist etwas Unendliches. Und dieses Unendliche ist ein Nadelöhr für unser eigentliches Selbst. Das heißt, wir haben zwei Schritte in der Meditation. Ne, wir haben drei Schritte eigentlich. Der erste Schritt ist das Loslassen von all dem, was wir nicht sind. Und Freunde, es ist so entspannend, zu realisieren, nicht nur zu denken, sondern zu realisieren, dass all das, weshalb wir uns Sorgen machen, weshalb wir uns den Kopf zerraufen, dass wir das nicht sind. Und wir erfahren uns als Niemand im Nirgendwo zu keiner Zeit, als diese Unendlichkeit. Da brauchen wir keine Drogen für diese Erfahrung, sie kann einfach erinnert werden. Und diese Unendlichkeit in uns ist aber Durchgangsstation für etwas. Für etwas, was sich dann meldet, was ich True Self nennen könnte. Wir erfahren das wie ein Umschalten. Die alten Mystiker haben gesprochen von Beseeligung, sie haben gesprochen von Samadhi, andere haben gesagt, der Wein, der Mystiker, viele andere sprechen von Seelenerweckung. Wenn wir innehalten, wenn wir realisieren, wir sind nicht diese ganzen Programme, dann meldet sich erst dieses Niemand im Nirgendwo zu keiner Zeit und dann meldet sich eine andere Instanz. Und diese Instanz ist eine andere Dimension von uns selber. Das ist jetzt nicht esoterischer Spuk. Wenn ihr Wissenschaftler wie Burkhard Heim und viele andere lest, dann wisst ihr, dass das wäre ja auch dumm, wenn man sagen würde, mit der vierten Dimension ist alles vorbei. Also wir können ja auch mehr als bis vier zählen. Warum soll es nicht mehr Dimensionen der Schöpfung geben? Es gibt Nobelpreisträger, Physiker wie Kaku, die das wunderschön dargestellt haben in Wurmlöchern und in anderen Dimensionen. Das gibt es aber auch bezogen auf uns selber, nicht nur bezogen auf Physik und Quantenphysik. Und wir können das, was... Unser eigentliches Selbst. Das können wir durch uns wirken lassen, wenn wir mit unserem Ich ein wenig zur Seite treten. So wie wenn ein wilder Stier kommt und wir halten das Tu an der Seite. Wir sind das nicht. So, und wir sind eigentlich gemeint als Ikonen. Das heißt, was ist eine Ikone? Eine Ikone ist ein Fenster, durch das wir in das Göttliche schauen und durch das das Göttliche durch uns schaut. Und Ikonen werden ja angebetet als heiligen Bilder, zum Beispiel in der russisch-orthodoxen Kirche. Aber so eine Ikone, ein Fenster sind wir selbst. Das ist das, was Karl Friedrich Dürkheim meint, wenn er hier von der Transparenz für die Transzendenz in der Immanenz spricht. Das heißt, wir sind so gemeint, dass wir transparent sind für das Göttliche in der Welt. Unabhängig von Religion, ob wir jetzt an irgendeine Religionsform glauben. Das ist eine andere Art des Daseins. Und wenn wir diese Transparenz nicht leben, dann zerstören wir uns gegenseitig. Der Mensch der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Wenn wir das erfahren haben, wenn wir True Self geschmeckt haben, dann gibt es eine Wegscheide. Es gibt entweder die Möglichkeit, dass wir von dem True Self noch mehr wollen. Und das ist eine Reise, die führt weg von der Erde in Reiche, wo das Licht von Millionen, Milliarden Sonnen ist. Diese Reiche sind in den östlichen Traditionen sehr gut beschrieben. Ja, zum Beispiel in den ganzen Surajat-Yoga sind diese Reiche beschrieben. Im Islam, wir finden sie beide in den Sikhs-Religionen. Und wir finden sie auch im Christentum, ja, mit, das Vaters Haus hat viele Wohnungen, mit der Jakobsleiter und so weiter. Hörtag, ja, Professor Hörtag ist dann in diese Reiche tatsächlich genommen worden und hat von dieser Reise berichtet. Und das ist legitim, weil man sagt, ich habe so viel auf der Erde gearbeitet, ich bin froh, dass ich tschüss, so. Und es gibt aber eine andere Reise und das ist ein tiefes Interesse an der Zukunft der Menschheit, an der Erde. Ein Dienst an der Erde und das ist dieses Symbol. Wir finden das im Christentum, wenn Moses vom Berg herunterkommt oder wenn der Prophet Mohammed zurückkommt. Man muss jetzt kein Religionsgründer sein dafür, sondern das ist eine tiefe Liebe zu dieser Erde, zur Zukunft der Menschheit, zu unserer Mission und zu dem, was durch diesen Körper möglich ist. Und das ist das, was im Buddhismus das Bodhisattva-Gelübde genannt wird oder im Christentum der Weltendienst. So, Meditation beginnt mit der Reise der Selbsterinnerung und diesem Umschalten, wo wir das Unendliche in uns spüren, wo wir es wirken lassen, wo wir immer wieder mit Kontakt aufnehmen. Und wenn wir dieses Unendliche geschmeckt haben, dann heißt das nicht, dass wir dann schon strahlen wie tausend Sonnen, auch wenn wir sie geschmeckt haben. Das heißt auch nicht, dass wir dann der perfekte Mensch sind. Das kann sein, dass wir uns trotzdem noch ein wenig ärgern über den Stau auf der Straße oder über Dinge, die unsere Beziehungen anbetreffen. Aber es wird langsam weniger. Wenn ich also an mein erstes Buch denke, nie mehr ärgern, was 1986 erschienen ist, dann beginne ich im Laufe von 35 Jahren ganz langsam mein eigenes Buch zu verstehen. Und ich merke im Laufe der Jahrzehnte, der Ärger wird weniger. Und die Liebe wird mehr. Ich glaube, das ist so ein Geschenk der Meditation. Aber auch mein Handeln wird effektiver, weil ich nicht meinen Verstand mit unnützen Dingen beschäftige, sondern wenn ich agiere, dann achte ich darauf, dass ich die richtigen Entscheidungen zur rechten Zeit treffe, in der rechten Form treffe, dass ich gute Inspirationen habe, die ich gut abgleichen kann mit meinem Denken. Das heißt, Meditation müsste, und in Japan ist es zum Teil ja auch so, müsste gelehrt werden auf den Top-Etagen, dort, wo die Entscheider sitzen, in Politik, in Wirtschaft, in Gesellschaft. Und ich wäre froh, wenn es den ersten meditierenden Bundeskanzler, die erste meditierende Bundeskanzlerin gäbe, wenn weltweit die Länderchefs, die Firmenchefs innehalten würden, bevor sie sich das Hirn zermartern, innehalten und das selbst in sich spüren. Die Welt ist dann eine andere, die Menschen sind andere. und Meditation, diese Form von Meditation ist ein Erkennen, es ist eine Übertragung. Und diese Übertragung ist wie eine Flamme, die eine andere entzündet. Und für Menschen, die jetzt spirituell, esoterisch unterwegs sind, da kann ich eine Alternative noch empfehlen, falls ihr nicht zu uns kommen wollt. Und es gibt einen indischen Guru, Puja Deepak Bhai, der ist in Bad Aibling, Wochenende um den 11. Juni herum. Da erfahrt ihr eine starke spirituelle Atmosphäre. Die Begegnung mit dieser Bewegung, Akram Vignan oder auch Gnan Vidi genannt, war ein ganz entscheidender Stufe oder ein ganz entscheidender Punkt in meinem eigenen Leben, in meiner eigenen seelischen Entwicklung. Und eine Gelegenheit, wie sie einfach alle paar Jahre mal kommt. Wer also da spirituell, esoterisch angehaucht ist und nicht zu uns kommen will, geht dahin in Bad Aibling. Ihr findet unter Gnan Vidi bei YouTube diese Bewegung. Wenn euch das ein bisschen seltsam vorkommt, wegen weißen Gewändern und Guru, es ist wirklich ein echter Guru, also Guru ist ja jemand, der Licht in die Dunkelheit bringt, das kommt ja aus den Worten Gu und Ru, dann kommt doch zu uns. Ich kann zwar nicht euch spontan Erleuchtung verschaffen wie Puja Deepak Bhai, das kann ich nicht, aber ich liebe euch, ich habe euch gerne und kommendes Wochenende könnt ihr euch einfach gut gehen lassen in Maria Wath. Es sind noch zwei Plätze frei. Ich habe euch lieb, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ein gelingendes Leben, viel Erfolg bei euren Projekten, bringt euren Spirit in die Welt. Ich habe euch lieb, euer Klaus.